Moin Moin und Willkommen zurück zu Brothers A Tale Of Two Sons. Wir befinden uns mit den beiden Protagonisten auf dem Weg um ein Heilmittel für den Papa zu finden und sind jetzt hier gelandet. Können wir hier ein bisschen rum gucken? Können wir nicht. Okay, wir gehen runter. Zack. Also wir können ein bisschen rumzoomen hier mit unserer Dingskamera. Das ist ein Hamsterrad. So, gucken wir mal die Rücke runter. Okay, warte mal, muss einer laufen und der andere muss hier rüber gehen. Was soll ich hier? Okay, ich kann nicht so weit auseinander gehen mit denen, das geht nicht. Du bleibst mal hier, muss noch was weiterlaufen, guckst du da rüber an. So, geht nicht. Wenn wir mal gucken, was wir überhaupt machen sollen hier, ich hab keine Ahnung. Da oben ist ein, wir gehen mal hoch. Okay, wir müssen ja beide darüber, wie sollen wir das dann schaffen? Können wir die Schafe da einsetzen? Haben wir so mal. Ob der Junge da laufen kann? Genau. Was der Große mit den Schafen macht. Na, guck mal. Guck mal. Guck mal. Wie ist der Schaft da? Wollt ihr hier draus? Können wir den Schaft da reinstellen? Ah, guck mal an. War nicht so dumm. Aber jetzt hat er auch das Schaft, dass ich wollte immer sehen, was man mit den Hasen hier auf sich hat. Den Weg sollen wir ja auf jeden Fall gehen. Wollt ihr mal mit den Hasen hier machen? Guck mal. Ah, okay, jetzt weiß ich, warte, schnapp den, machen wir ein bisschen schwarz. Siehste, jetzt mögen die sich alle, cool, und? Ach so, komm, kann ich es machen, es ist nur so ein kleiner Erfolg, so, okay, warte, na gut, wir können jetzt da rüber, das Schaf haben wir ja gebändigt, ja, noch runter, aber kann man nicht sehen. So, jetzt hier hoch. So, hier können wir an der Seite links wahrscheinlich. Da hört mir doch jemand weinen, oder nicht? Oh, ein Riese! Warum weint er denn, der Arme? Oh, da will ich auch nichts Böses. Hey, Maru! Maru, kennst du diesen Weg? So? So? Da, ja! Da, ich weiß, was ich nicht. Wenn der hier hin Anliegen Ruhe Nett, diese Banke setzen uns auch mal hin. Hier ist noch ein bisschen die Aussicht. Verdalt, weh rauf. Gut. Da ist auch Riese. Er hilft uns komplett. Ist ja nett. Das ist aber nett von einem Riesen, oder? Man darf nicht mehr Angst haben vor solchen Schreckgespenstern. Hat nur ein bisschen komischer hinten, ne? Na ja. Egal. Zurück kann man nicht mehr, wie man sieht. Hier geht's weiter. Vorüber springt gleich. Oh ne, er kommt und hilft uns. Okay, komm her. Weil ich glaube, der will doch schon eine Gegenleistung haben, oder nicht? Kann man nicht vorstellen, dass der das alles umsonst macht. Naja, anscheinend schon. Oh Gott, der macht eine nette Brücke für uns. Mehr denn für ein cooler Typ. Dankeschön. Oh Gott. Äh. Aber das ist ein bisschen okay. Das ist ein bisschen besser. auch ein riesen warten er hilft das schon weiter in welche richtung wir auch sollen über diese richtung nach guckt das an das ist ja echt mal cool gemacht wie weit einem hilft oder ok dann muss er wieder helfen wir über springen kann ich nicht aber probiert es gibt was das für eine hüpfte jetzt darüber aber schon kleiner weg mit dem riesen hier ich bin auch hier eine witzige idee dass der typ uns da jetzt erfolgt so gefällt euch das ganze was ihr seht bitte abonnieren und ein like da lassen ziemlich nett von euch sollte man auch ein live stream machen irgendwann wir sind jetzt vor ja 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 da geht es mal abwärts wir können natürlich nicht wir können das was er geht du kannst auch in eure wecken steigen aber glas klar schaffst du da ja da ich glaube das war es bei dem riesen war nett wirklich nett von ihm ok ich passe durch ok hier geht es mal hin dann sehen wir wahrscheinlich die aussicht was uns hier alles erwartet noch nicht okay jetzt man muss ja mal vertauschen hier wieder auf ihrer seite laufen echt kompliziert ok 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 es war dumm nochmal ok einzelner synchron springen und so dass wir schon das war jetzt wieder ganz dumm gelöst eigentlich man kommt sehr schnell durcheinander mit den Knöpfen die Kräger ist nicht hoch da liegt das jetzt mal auf den Knarrant hier ok wahrscheinlich schleppen Wo es genau hin soll, wissen wir noch nicht, es findet aber noch aus. An den Weg, ah, lieber Umzug, ne, muss immer genau wissen was man macht. Nicht so schwer, sonst weiß ich noch nie was ich mit dem Rohr machen soll. Was hier hängt? Mal gucken, wo wir mit dem Rohr hinkönnen, bei der Marke. Keine. Okay. Reinschieb? Aufendlich. Ne, anscheinend nicht. Kannst da hoch hin? Mal gucken, weiter erforschen, wie gibt's irgendeine Stelle, wo das wohin muss. Mir geht's nicht weiter. Ah, warte mal, ich hab mir die. Warte mal. Warte mal. Da gibt's dann. Ja. So schwer? Begeben auch nicht so leicht. Okay, hier sind zwei Hebel. Müssen wir wahrscheinlich nehmen. Ja! Ach da! In die Richtung? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Das sind die schwersten Rätsel bis jetzt, gebe ich zu. Aber trotzdem, angenehm irgendwie. Aber es fängt ja auch gerade an das Spiel, muss man auch sagen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, der kann da runter, aber kommt dann auf der anderen Seite wieder hoch. Weiß nicht, warte mal. Warte mal, ich guck mal, ob wir einen kleinen nicht irgendwie das Rad in die andere Richtung bewegen können. Damit er da hochkommt. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Dann muss er oben hängen bleiben, wenn wir mit anderen da... ... ...und du kannst dann... ... da hochkleiden. Lange er sich nicht dreht, ne? Man muss das aber festhalten. Weil... ... 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 gut ich habe eine kleine pause hier vielen dank fürs zuschauen hoffe ich ob nächstes mal dabei wir sehen wo die reise hingeht vielen dank bis dann tschüss und